Das hier hab ich aus Sells Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Diese Kreatur war die Quelle von Sells Energie. Der Alpha-Seth. Er ist viel mächtiger als ich dachte. Aber als ich in seiner Nähe war, sah ich Dinge, die er mir lieber nicht gezeigt hätte. Wenn sie in meinen Kopf können, kann ich vielleicht in ihren und ihre Schwäche finden. Psycho, gibt's hier irgendwo eine Anzugmulde? Ja, in dem Labor, in dem Cell mich festgehalten hat. Wir treffen uns dort in 30 Minuten. Pass auf da drin, Michael. Es gibt Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Sind eben angekommen. Verstanden. Rücken ins Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Warnovision aktiviert. Hier ist alles sicher. Folscher Alarm. Verstanden. Durchsuchung fortsetzen. Kein sichtbares Ziel. Rücken vorzunehmen. Ist da was? Hab nicht wohl geirrt. Verdammt. Wo ist der hin? Tarnhull aktiviert. Sicher. Hier ist auch alles klar. Nein. Keine Spur von Prophet. Bitte komm. Blacktail actual. Hier ist Blacktail 9. Alles okay bei Delancey 4 Alpha. Rücken vor zum nächsten Quadranten. Over. Negativ, Blacktail 9. Max hat Red Star Rising ausgelöst. Was ist die Hölle? Alle Patrouillen werden abgezogen. Red Star Rising, bitte sagen Sie das nochmal. Over. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Oh nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist los mit denen? Red Star Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht. Scheiße auf Prophet. Was schwindet mir? Hey! Was ist mit Stever? Vergiss ihn. Der kommt schon nah. Schon mal von diesem Red Star Rising gehört, Psycho? Nein. Noch nie. Cell kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Red Star Rising. Hm. Scheiße. Rush und Claire sind offline. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Okay. Erstmal gucken, was wir hier haben. Drei Stück hier drüben. Okay. Und wir müssen hier hin. Alles klar. Ich würde sagen, wir räumen die erstmal weg. Tau wird aktiviert. Komm schon. So. Einen hätten wir. Die anderen kommen von unten. Ne, sie gehen nach oben. Zack. Nummer zwei. Und der nächste, der kommt bestimmt auch noch nach oben. Ähm. What the? Wie zur Hölle ist der eben gerade vor mich gekommen? Hui. Was für ein Schock. Oh Mist, da kommen noch mehr. Tja. Jetzt wurden wir entdeckt und hier fliegen auch schon die EMP-Granaten. Oh, direkt hinter mir. Also, hier hätten wir zwei. Wir müssen ihn raustreiben. Gehen wir. Da hinten hätten wir vier Stück. Und meinen Pfeil hier oben, den will ich auch noch haben. Komm raus und stell dich, du Feigling. Na gut. Der Plan sieht so aus. Wir räumen den hier weg. Und dann holen wir uns erstmal hier drüben den Pfeil zurück. Sucht überall. Er ist vermutlich getarnt. Dankeschön. Goodbye. Oh Mann, schon wieder eine Granate. Wieso zur Hölle werfen die dauernd ihre Granaten so verdammt gut? Okay, keine Energie. Komm raus und stell dich, du Feigling. Gehen wir hier rum? Na, wen haben wir hier? Hm. Wo will der hin hier drüben? Sehr gut. Den kriegen wir. Schickt Verstärkung. Der Kerr bringt mich um. Yep, tut der. Ach, da hinten ist irgendwo ein Turm. Deswegen sehen die uns. Mhm. Gibt Sinn. Na gut, gehen wir hier lang. Komm schon, neue Energie. Alles klar. Was haben wir hier? Das sieht doch aus wie Minen. Mal sehen, ob wir an die rankommen. Na, noch ein paar Meter. Okay. Okay, die übernehmen wir. Was haben wir hier sonst noch so? In deiner Nähe liegt ein deaktivierter Iron Horse. Ein Geheimdienstmelder. Die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Prophet, falls du diese Infos siehst, erfährst du vielleicht, wer mich gefoltert hat. Mann, das könnte ein Fundus von Cell-Geheimnissen sein. Alles klar, mein Freund. Ich versuche mein Glück. Oh, was haben wir hier? Ein Geschütz. Sehr schön. Komm schon, ich will die Minen hier. Also, zack und zack. Ein Feld hätten wir. Und da hinten kommen wir auch noch ran. So. Jetzt schauen wir mal hier wegen dem Geschütz. Okay, wir brauchen erstmal mehr Energie. Na, sieh mal an. Upgrades für meinen Nanosuit. Alles klar, Geschütz gehört mir. Wow, die killen sich wieder selbst. Naja, meinetwegen. Ich habe keine Ahnung, was sie da hinten machen, aber meinetwegen dürfen sie weitermachen. Granate, komm! Granate, Granate! Na, mein Freund? Ah, shit. Die treffen mich hier. Aber den kriegen wir. So. Alles klar, okay. Dann gucken wir, dass wir erstmal dahin gehen. Und dann holen wir uns hier noch Munition und das Upgrade. Alles klar, den hole ich so. Zack. Den hier gleich wieder mitnehmen. Keine Verschwendung hier. Was haben wir hier? Hier oben einen. Den müssen wir auch so wegholen. Oh, ich habe wenig Energie. Und irgendwo hier rennt einer rum. Komm schon, Energie wieder voll. Okay, wir beeilen uns. Wir kommen der Sache näher. Noch ein kleines Stück. Ich höre schon den Heli. Ich habe Iron Horse gefunden. Klasse. Such jetzt die Akte des Skin Labors. Oh, Mann. Direkt im Lichtkegel. Und weniger Energie. So, mein Freund. Da wären wir. Mitgenommen. Mitgenommen. Was haben wir hier? Ah ja. Irgendeinen Ausweis. Nichts. Ist zensiert. Ah, Mist. Also die Daten hier drüben, die nehmen wir noch mit. Irgendwo hier bekommen wir Munition. Ach, wen haben wir denn hier? Der bietet sich gerade so schön an. Und da wir neue Bolzen bekommen, können wir hier ein paar verfeuern. Und gleich mal den Nächsten. Und gleich mal den Nächsten. Und die hier oben? Und die hier oben? Okay. Die sind weiter weg. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt hier noch die Munition. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Munition. Irgendwo hier. Aber wie kommen wir hier hoch? Auf das Regal? Hm. Hier oben müssen wir hin. Aber wie kommen wir da hoch? Das Regal können wir nicht greifen. Und hier die Mauer? Na also, geht doch. So. Neue Munition. Wow. Der hat sich einfach mal hierher geportet. Aus dem Nichts. Habt ihr das gesehen? Ziemlich miese Nummer. Beim Scheißen gestorben? Uuh. Ziemlich mieser Tod. Aha. Was haben wir denn hier? Achso. Geschützfehlfunktion. Na, wie räumen wir den weg? Ich würde sagen, einmal direkt in die Brille rein. Okay. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Immerhin müssen wir hier drüben hin. Die Nebenmission, die hätten wir. Ja, okay. Weiter geht's. Zack. Damit hätten wir die Minen. Oh, noch mehr Minen. Erstmal schauen, dass wir hier oben hinkommen. Was haben wir noch so dabei? Hm. Moment mal. Wir nehmen mal die hier mit Schalldämpfer. Komm schon. Na, sieh mal einer an. Schon wieder ein Geschütz. Das übernehmen wir gleich mal hier. Okay. Der eine da drüben ist noch am Leben. Der eine da drüben ist noch am Leben. Und hier könnten wir noch ein Geschütz haben. Schwer zu sagen. Wir schauen mal. Was haben wir hier? Blockiert. Wo kommen wir hier hin? Und irgendwo da hinten war ja noch das Upgrade für den Suit. Ah, Mist. Da müssen wir nochmal zurück. Aber andererseits, da hinten war ja auch nicht mehr so viel am Leben. Wir gehen nochmal ganz schnell zurück und holen uns das Upgrade für den Anzug. Denn die Punkte, die kann man ganz gut gebrauchen. Und hier hätten wir noch jede Menge Daten. Hm. Aber keine Gegner mehr. Alles klar. Dann einmal hier rein. Die Daten, die nehmen wir noch ganz schnell mit. So. Und die hier drüben. So. Wow, 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 wow. Ich dachte, wir hätten alle. Also, wo hatten wir das Upgrade? Irgendwo hier oben. Ah, hier drüben. Auf der anderen Seite. Alles klar. Damit hätten wir, soweit ich weiß. Moment, wir schauen mal. Zwei Punkte. Was können wir dafür nehmen? Hier drüben. Hm. Na, ich würde sagen, wir sparen mal den Punkt. Ach, da hinten rennt der rum. Ich denke mir die ganze Zeit, wo rennt der rum? Jetzt sehe ich ihn auch. Was haben wir hier? Nee. Okay, hier drüben haben wir definitiv noch ein Geschütz. Und hier nochmal Minen. An die kommen wir sogar ran. Die übernehmen wir auch gleich mal. Zack und zack. Können wir an die hier ran? Natürlich. Auch übernehmen. Und hier oben. Und hier oben. Na, wir sehen es nicht. Mal gucken, wir mal, dass wir so ein bisschen außen rum kommen. Und dann sollten wir auch hier dran kommen. Also, Geschütz. Alles klar. Erstmal hier neue Energie und wir müssen hier oben hin. Okay. Hier lebt niemand mehr. Auch keine Sachen, die wir mitnehmen können. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier reinkommen. Irgendwo hier muss es ja einen Weg geben. Vielleicht von hier unten. Wen hast du hier gerade Arschloch genannt, mein Freund? Irgendwie komme ich hier nie nach oben. Na also. Wo bleibt die Verstärkung? Ähm, Verstärkung. Direkt hinter dir, mein Amigo. Oh, verdammt. Ne Treppe. Wie soll ich die jemals überwinden? Pssst. Geronimo! Naja, war ziemlich kurz. Test, Test, Profit, sind Sie da? Der Funk war offline. Ein EM-Impuls hat das Netzwerk lahmgelegt. Rasch ist verschwunden. Ich muss mich zuerst um ihn kümmern, aber Michael hat ihre Befehle. Was haben wir hier drüben? Munition und einen weiteren Datenträger. Wir sollen hier hin und keine Gegner in der Nähe. Auch mal was Neues. Oh, Munition. Aber wir sind voll. Meine Güte! Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind-Carrier der Ceph in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Ceph haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mind-Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Was zur Hölle ist hier los? Warum zur Hölle stirbt jeder beim Scheißen? Das Essen hier muss miserabel sein. Was für ein bisschen ensure aucune die Äpfter. Und na Ammann. Was für ein bisschen mehr ehrlich ist, wie heißt es wollte хорошо.